so und damit grüße ich dich hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von shadow of the tomb raider noch mal schnell ein schlück trinken und damit begrüße ich heute hier ist unser flugzeugwrack und es sieht schon richtig schön gemütlich aus schön sumpfig es ist ein traum es ist ein träum das so wir müssen jetzt hier nach überlebenden suchen ich hoffe unser freund ich kann mir ganz schlecht immer namen merken doch der doming ist auch nicht drauf michael danke was war das zu überlebensinstinkt um nützliche objekte vorzuheben naja dann nehmen wir den mal mit hier das könnte ich gebrauchen was ist das oha luden 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 so hartholz überlebensguide hartholz kann ich eigentlich zwischen den anderen durch switchen kapiere ich nicht wir könnten ja aber auch noch mal ich zeige euch noch mal die optionen schwierigkeit geländeschwierigkeit dezente weise markierung auf wichtigen faden und mehr zeit für rettungsgriffe griffe basis lager sind aktiviert das würde mich halt jürgen ich weiß nämlich wir haben hier gar kein paar basis lager nicht weiß nicht ob was ich mit den fähigkeiten punkten machen kann und soll und muss und schießt mich tot was war das das bewahre ich für später auf heißt jetzt schon jemand da heißt jetzt schon oder miguel unser kumpel was ist das wunderblume konzentration pflanzen sind meist gelb und können in kräutermischungen benutzt werden um für begrenzte zeit konzentration zu aktivieren das ist doch der herrlich so da gibt es zwei von 24 insgesamt wir gucken mal hier hier gibt es tatsächlich einiges hier gibt es tatsächlich einiges so wir gucken uns trotzdem mal um hier luden so ich versuche immer diesen fokus in anführungsstrichen versuche ich immer so wenig wie möglich zu benutzen wo sind sie ich muss sie finden ich muss aufpassen wo ich hinten habe ich bin zwar hier im dschungel Alter wie cool ne so ich gucke nochmal hier hin jetzt wird es Tag oder was ich glaube ich spinne hier ja mal komm ich mache mal hier ein Fotomodus Thumbnail Tiefenschärfe ist natürlich nie verkehrt Tiefenschärfe ist natürlich nie verkehrt Pose, Körper kundenspiel schlecht knient leere Anzeigen aus meine Güte so wie wie so wir machen erstmal die Tiefenschärfe an so ich so Yeah okay ich Bom Okay, das war doch zu nah, wir machen mal. Sehr schön, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hui, das sieht schon cool aus, ne? Das, das sieht auch ziemlich cool aus, aber ich denke mal, das ist zu dunkel, ne? Das ist, glaube ich, optimal. Den sieht der natürlich dann volle Bulle normalerweise, ne? Außer... Wir können das tatsächlich so machen, ne? Ja, Mann, geil! Geil, geil, geil! So, dann machen wir auch nochmal ein hübsches Familienfoto für alle. Und dann, ja, können wir das, denke ich mal, gut als Samtnel nehmen, oder? Alter, das sieht schon cool aus, ne? Das sieht schon cool aus hier. Ja, Fotomodus-Wegbinden. So! Egal, wir müssen weiter. Was kann ich mit dem Vogel machen? Was kann ich mit dem Vogel machen? Was ist da oben? Was ist das für ein Viech da? Okay, ähm, wir gehen mal nach oben. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Ja, fast. Das sind noch einige Kilometer. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Entschuldigung. So, auf das Leuchtsignal bewegen. Wie lange bleibt es an? Harte Landung. Ah, es ist ganz, ganz komisch. So, wie komme ich jetzt hier runter wieder? Ach, das sieht aber auch schon cool aus, ne? Ich glaube... Entschuldigung, wir müssen nochmal Fotomodus machen. Äh, wo ist die gute Frau? Oh. Leere aus. Tiefenschärfe an. Tiefenschärfe an. Tiefschärfe 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 an. So theoretisch, aber das ist die Distanz, ne? Okay, sieht aber trotzdem cool aus, ne? Eieieiei, sieht sehr, sehr cool aus. So, wir laufen mal hier den Pfad entlang. Was kann ich mit den Vögelchen machen? Oh, da ist ein Vogeln, guck mal, wie süß. Alter, wie cool. Eine Feder. Hui, Federn, wir nutzen die Feder, um Pfeile und Outfits herzustellen. Federn 2 haben wir, Hartholz haben wir noch, Medizin, Bergungsgut, Ausdauerpflanzen, Stoffgolderz, Konzentration, Pflanzen. Gefunden in Vogelnässern auf Bäumen und anderen erhöhten Positionen, die in der Herstellung von geräuschlosen Pfeilen und Outfits. Witz. Jawülchen. Klappt das? Ei, ei, ei. Wollt's mal ohne Witz? Wo? Ach der? Boah, das hat schon im Ding voll den HDR, ne? Irgendwie Ding. Weißt du, wie ich mein? Schon ohne HDR sieht das schon übelst geil aus. Ich muss aber jetzt nicht da rüber laufen eh. Da ist nochmal ein bisschen Affe. Ach der sieht schon sehr, sehr cool aus hier. Nochmaler Fede. Loot, loot, loot. Da ist ein Wrack dahinten. Oh. Oh, abgerutscht. Ja. Okay. Nächster Versuch. So, machen wir nochmal. Wollaffen. So sehr schön. Okay, wir müssen hier entlang. Machen wir jetzt mal hier ein bisschen flockiger, zackiger. Oh oh. Was ist das für ein Lager? Oh, ich... Iiiiii. Ach, okay. Äh. Wo ist das? Ein Feuer, hier muss jemand sein. Hallo? Jonah, Miguel, hört mich jemand? Wo seid ihr? So, Karte durchsuchen, ja, das ist alles schön und recht. Was ist das Zelt hier? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, das Zelt ist Basislager, jawohl, ja. Birolischer Dschungel, null abgeschlossen, gratuliere. Müsste ein Basislager sein, oder? Neues Basislager, Flugzeugfrag. Was kann ich hier machen? Luden erstmal. Ein Logbuch, sehr schön. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten drei Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesicht seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Hat das was mit dem Dolch zu tun? Man weiß es nicht. Okay, Miguel hat anscheinend überlebt. Ah, Luden, hier Luden. Luden. Luden, Luden, Luden. Wir schauen uns jetzt noch mal kurz hier geschwind um. Hier haben wir ein bisschen was. Hier haben wir Wasser. Das ist auch nicht verkehrt. Ah, was ist das? Taschentuch. Ein Taschentuch. Mal schauen. Da ist ein Monogramm eingesteckt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Wer ist das? Man weiß es nicht. Aber Pfade, Sterne, Artefakte. Gratulierer. Laras Notebook. Exodus. Metamorphose haben wir. Okay. Na, dauert immer ein bisschen, bis ich da im Spiel richtig ankomme. Ich möchte noch hier kurz looten. Weißt du was? Dann gehen wir mal hier ins Lager. Jetzt komme doch der Sache. Diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Jetzt komme doch der Sache. Fähigkeiten. Yo. So, Fähigkeiten. Sucher verbessert Laras Erkundung und Beobachtungsfähigkeit. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeit. Okay, Kampf. Sammler ist das, denke ich mal, unten. Sucher ist das Blaue. Okay. Ähm, ja. Sehr schön. Fähigkeiten freischalten. Wenn sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Alter, Alter. Es sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber läuft, ne? So, Sucher. Was macht man? Sucher, Kämpfe. Sammler automatische Plüten von Feinden nach Lautloskills. Ja, ist alles schön und gut. Fähigkeiten, Sucher. Schritt des Hoa Tison. Springerlandungen und Stürze sind leise. Okay, dann haben wir hier mal der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorische Messer zum Sammeln benötigt. Herzensbrecher. Sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt. Herz der Verursachung massiven Schaden. Was sind das für coole Dinge? Blick des Aders. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkten. Das nehmen wir doch mal gleich. Sehr schön. So, dann hat er aber hier was freigeschalten und zwar eine Liste der Krähe. Erste Schritte. Gratuliere. Suchen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten. Okay, das ist... Die Weisheit der Eule. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkt, okay. So, Erholung des Pumas. Hier die Zeit der genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Bedrohung des Fuchses. Das Zielen auf dem Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer. Zielunterstützung. Das ist nicht verkehrt. Sie fallen nie, wenn Sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Das ist nicht verkehrt. Und Fall des Fuchses. Das ist nicht verkehrt. Sie können schneller schwimmen. Das ist nicht verkehrt. Und automatisches Plündern von Feinden. Ja, ich denke mal... Das ist nicht verkehrt. Und das ist nicht verkehrt. So, dann haben wir noch was bekommen. Und zwar nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig den Schaden durch Feinde. Naja, das ist ein Fall des Fuchses. Okay. Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills ohne Alarm auszulösen. Das ist nicht verkehrt. Das nehmen wir auch nochmal gerne mit. Dann haben wir hier... Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Okay, da brauchen wir zwei. Da brauchen wir auch zwei. Sie können schneller schwimmen. Sprüngeleitung und Stütze sind leise. Erhöhen Sie die Fähigkeit Pfeilgift. Suche... Was war Suche nochmal? Ja, komm, nehmen wir das. Wir müssen sowieso was machen. Erräumler, erräumler, erräumler. Sehr schön. So, dann hätten wir das schon mal wenigstens. Dann... Okay, auf das andere haben wir bis jetzt noch keinen Zugriff. Ich bin begeistert. Sehr schön. Ähm... Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ja. So, ein Werkzeug finden Sie in der Ausrüstung, um aufzuschneiden. Ach, ein Werkzeug finden, okay. Da ist auch irgendein komisches Tier. Da hinten blinkt was. Ah, hier, Loot. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Nein. Es hat aber da hinten was geblinkt, ne? Da hinten hat nämlich was geblinkt, da gehen wir gleich hin. Ich gucke mich nur noch mal hier um, ob wir vielleicht eventuell die eine oder andere Pflanze noch luden können. Ja, hier, guck mal. Wo sind das für Viecher? Äh, ich brauche ein Messer. Den können wir auch nicht looten, da fehlt wieder eine Messer. Okay, hier können wir nicht entlang. Ich hoffe, die Viecher machen uns nichts, ne? So, noch mal eine Fede. Was ist das für eine Kakerlage? Super, Lara. Na, da kommt doch Freude auf. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Kadaver. Und ihr seht, hier waren wir ja gerade schon. Okay, ähm. Hier, den nehmen wir noch mit. Das ist natürlich nie verkehrt. Das ist nur ein Baumstumpf. Hier geht's noch mal durch. Schauen wir uns aber jetzt noch mal hier um. Okay, das wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt hier irgendwie mal was zum Schneiden finden würden. Ah, guck mal hier. Blut, Blut, Blut. Ah, das können wir nehmen. Ne. Ich dachte mir schon jetzt. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. So, wir nehmen mal die Vogelfeder. Ah, da fehlt, fehlt die Ausrüstung. Okay. Wir müssen jetzt erstmal was Spitzes finden. Hey, so können wir schnell rennen. Okay, wir gehen jetzt mal nochmal hier nach drüben. Alter, was sind das? Oh, oh, was ist das? Jacks Tagebuch 6, eine Seite aus Jacks Festivals, Expeditionstagebuch. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel zwei wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich zwei Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Ach, ja. Okay, der 6, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht das letzte Tagebuch von dem gefunden, ne? Ach, da ist das so eine Leiche, oder? Ach, du grüne Neune. Wie klar das Wasser hier ist, ne? Cool. So, hier können wir aber tatsächlich nichts mehr machen. Deswegen gehen wir wieder hier nach oben. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier echt was finden. So, Luden. Herausforderungs-Grab, alter. Was ist das? Ach, das ist das Graf, okay. Ein Relikt. Okay. Ein Dokument. 13 Dokumente gibt es hier peruanisch. Jetzt schon will ich mich verarschen. Alter. Okay, ähm, die, wo so grau sind, die haben wir schon, ne? Gehe ich jetzt mal davon aus. Okay, wir lassen. Das war sein. Wir holen uns jetzt erst mal hier Waffen. Sonst wird das nix mehr wissen auch schon wieder seitlich sehr gut vorangeschritten. So. Giftbeere. Wahrnehmung. Pflanzen in Maisblau und können in Kräutermischungen benutzt werden, um für begrenzte Zeitwahrnehmungen zu aktivieren. Gratuliere. So, Blumen pflückere. Pflanze aus den Baumkronen sammeln. Fünf Pflanzen. Hopp, das machen wir. Ja! Hier will ich aber noch gar nicht hin. Hier will ich doch noch gar nicht hin. Ich muss jetzt erst einmal schauen, dass ich hier das Ding da runterkriege. Ich brauche was zum Durchschneiden. Ja, was denn? So viel Zeit, das ist ein scharfes Objekt erforderlich. Wo finde ich ein scharfes Objekt? Liebe Freunde, das sehen wir. Hoffentlich in der nächsten Folge, in der morgigen Folge bei Shadow of the Tomb Raider. In diesem Sinne, bye bye. Servus und bis morgen. Euer Frank Honja. Servus.